Nun bin ich schon seit zwölf langen Minuten auf See. Die Hitze ist unerträglich. Durst ist ein ständiger Begleiter. Und was den Hunger betrifft, werde ich eventuell einen Appetit auf Hühner und Hasen entwickeln. Noch ist es nicht zu spät umzukehren. Ich wollte schon immer auf Abenteuer gehen. Ich hoffe, wir werden es erfolgreich durchstehen. Aber sicher werden wir das. Ich habe keine Hoffnung auf eine Chance. Wenn ihr das liest, werde ich entweder zerschmettert sein, aufgespießt, geschlachtet, harponiert, lebendig von fleischfressenden Käfern aufgefressen, in einem Meer voller Haier trunken, von Vögeln ermordet, die an meinem gesamten Wesen herumpicken. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020